Guten Tag, mein Name ist Jürgen Ulich von der Firma ETND. Wir stehen heute hier in Altensteig im Schwarzwald. Hier hat die Firma ETND einen Gesamtauftrag bekommen von den Stadtwerken Altensteig für eine 20KV-Verkabelung zwischen zwei Stationen. Dieser Auftrag beinhaltet die Projektierung und die Bauleitung im Full-Service. Mit Weidhoff Mit Weidhoff So können die desarrollo der ErfSHOE meletieren. Schiepflur 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 Hoh-ho-ho-ho Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018